Okay Freunde, ich hoffe ihr alle seht mich ganz gut. Heute ist leider die weltbeste Kamerafrau nicht dabei, aber es macht gar nichts. Wir haben Sonntag, das Wetter ist nicht allzu gut, also denke ich, ist es heute ein Tag für eine richtige Challenge irgendwo. Und zwar euer heutiges Corona, Sinne Corona Workout Nummer 6 ist 500 Hindu Sports, 500 Hindu Kniebeugen, wo dann gefolgt werden von 100 Hindu Liegestützen. Die Challenge an dem Workout ist nicht so sehr, wenn wir nur zwei Übungen, sondern die Challenge ist mehr mental, über die Dauer, über die Länge zu gehen. Und die Schwierigkeit ist, und das ist das, was ihr versuchen solltet, so viele Wiederholungen wie möglich am Stück zu machen. Wenn es geht, die 500 komplett durch, am Stück ohne Pause. Wenn man eine Pause braucht, macht nichts. Und wenn ihr in kleineren Schritten geht, macht auch nichts. Die Liegestütze dann, im zweiten Teil, werden wir fünf Sätze machen, a 20 Wiederholungen. So, ich greife jetzt eine Wasserflasche über ein Handtuch, haue ein bisschen Mucke rein und dann geht die Nummer los. Diesmal mache ich das Workout selber komplett mit für euch vor, also das ganze Stück. Und wünsche euch einen super schönen Sonntag noch. So, here we go. Ich stelle den Tarm auf. Und wir gehen los. Achtet auf die Atmung. Falls ihr euch verzählt, ich hoffe, ich verzähl mich jetzt nicht, ich bin nicht, macht auch nichts. Zwei, drei mehr. Auf die Atmung. In der Nähe der Atmung. In der Nähe der Atmung. Die Atmung. Das war die Atmung. Ich habe mich noch nicht, ja. Ich habe mich noch nicht, zwei, drei, 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 vier, drei, vier. Wie geht's? Wir gehen los. So, das ist ein Kombi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Zwei Kunde, andere Seite, beide gehen jetzt. Weiter, weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 2,50 Meter, die Hälfte, wir machen weiter. Hey, was soll man sonst machen bei den Betten? Oh, just gotten. Oh, tell me, baby. Oh, I spit in the notes. Hey, yeah. We can kiss me. And it was a bit long. Durchat. Nichts in soch. All my hate. We can't get the other station. Und wir haben drei Hundert. Und Beine jetzt. Achtung schön auf die Atmung. Oh, die Beine. Das ist gut. Achtung schön auf die Atmung. 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 Achtung. Achtung schön auf die Atmung. 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 Achtung. 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 Try me, try me, try me, try me, try to tell me I need you. Try me, try me, try me, try me, and all of the love will always be trouble. Try me, 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 try me. Cheers. Freude was bald. And your love, I want a heart, I need you. Seize power. Wenn ich mich nicht erzählt habe, aber ich glaube, es war jetzt. Jetzt geht es nur noch ein 10er Stück. Ich schulde das Ende. Wenn mich nicht zeigt. Eins Schnell cool. Das war's für heute. Noch 20. Immer wieder locker. Denk dran. Wenn ihr nicht mehr könnt, einfach Pause. Aber probiert die Stütze halt so wieder zurück. 20 ist noch zu viel für mich. 2 wo 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 28, 29, 29, 30, 29, 31, 32,. Jesus. Die letzten zehn Frauen, die Schultern sind alle jünger. Jetzt wird es jetzt durch. Aber es geht uns um den Tag. Wir ziehen es. Okay. Wie in kleinen Schritten. Auf. Uff. 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 Und noch zwei. Mein vorne. Fast, fast. Uff. 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 Schieß es, Leute. Das hat noch gepriffen. Aber hey. Challenge yourself. Ich würde schon wenn es so was für Tag. Ich denke, euch alleine bleiben. deck. Uff. Uff. Wee. Wee. Uff. Uff. Uff.